Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, sehr süßer Bolero, angenehm weich. Habe zwei für meine Töchter bestellt, die sie als Blumenmädchenkleider anziehen sollen. Toll daher auch, dass es so viele Größen gibt. Die Lieferung war super schnell. Bin sehr. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.